Ich bin jetzt zum dritten Mal hier. Beim ersten Mal haben wir noch eine Floßfahrt gemacht auf dem Chiemsee. Aber das ist schon ein bisschen länger her. Und das letzte Mal war ich vor zwei Jahren hier. Ich bin erstaunt, wie sich das... Also hier platzt ja alles aus allen Nägeln. Und mir gefällt es sehr gut. Ich habe es gleich mit dem Urlaub verbunden. Ich wohne zurzeit in Aschau und fahre am Sonntag also morgen wieder zurück. Dazugelernt. Man lernt eigentlich immer was dazu. Aber für mich als, ich sage mal, in Anführungszeichen alter Persilianer, werde ich eigentlich immer wieder in meiner Meinung durch diese Vorträge bestätigen. Und das war sehr schön. Ich bin jetzt mal in Anführungszeichen. Vielen Dank.